so keine attentate sondern alles attentate verlinger pumpkin snowball plüschkugel arschloch nein auch ganz besonderer name das ist ganz gefährlich bei kleinen kindern die denken irgendwann wirklich dass sie nein heißen weil man sie öfter nein ruft als beim namen die egos nervensäge nein lass das jetzt und das kind so okay nein nein okay okay ich bin gemein das ist mein Name das ist mein Name das ist mein Name was ist dein Name? nein nein 1,9 Grad ah du sollst nicht mit Fremden reden nein nein wie heißt du nein wie nein ich möchte wissen wie du heißt nein lass mich in Ruhe warum möchtest du mir dein Strom ist an warum möchtest du mir dein Name nicht verraten nein 0,7 hab ich doch nein ja genau hä wie hä ja nein wie ja nein ja nein halt hä kind hör auf mich zu verarschen und sag mir deinen Namen nein hab's vergessen nein sag ich mir doch nicht hüppchen 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 ja hüppchen war im Keller da sind Rüppchen im Keller ja die esse ich ohne euch logisch davon geb ich nix ab mach ich auch immer so oh ich kann die besonders gut ach das Püppchen ist hier im Schrank ja und Werbung Nummer 7378 was guckst du denn da nebenbei ich guck gar nicht 5,5 5,5 Elena ist da 0,4 bei dir ja und du spielst oh was war das denn sie guckt schon ein bisschen als Topmodel äh was ist das wenn so ein weißer Schotten hier einmal so durchjagt so äh bug ich ungefähr so wie der Haze nur 10 mal so schnell der flog hier einmal durch den Raum so Schneeflocke ne der fliegt da draußen immer noch rum Schneeflocke optische Täuschung was ist das keine Ahnung ja könnt ihr euch ja eine Aufnahme ansehen ich guck geh mal ne Sekunde zurück bei 3 29, irgendwas Topmodel Elena ist froh dass ich mit euch spiele da kann sie wenigstens in Ruhe Jimmy's Hagstropmodel gucken ääääääääähh mein Beileid ach früher hab ich das auch mal geguckt mein Beileid ich guck da kein aparece mein Beileid ja hä sie saugt das ganze Internet weg ja so klinkt das Topmodel aah Katsch Topmodel Kein Internet. Das ist halt in einer Stunde zu Ende. In einer Stunde? Um elf. Bitteln nach elf. Du Scheiße. Kann mich denn so viel Quatsch anziehen? Colin, die sitzt hinter mir und schickt mir TikToks. Also guckt ihr das gar nicht. Das ist Werbung, hab ich doch gerade gesagt. Die 5000 Trilliardenste Werbung. Und in der Zeit guckt sie sich dann drei TikToks an, halt. Zehn. Wie viele TikToks schaffst du in einer Werbung, Milena? Sie zählt sie nicht. Soll ich euch ausrichten? Oh, der Ball. Er spielt Fußball. Das ist auch wieder ein Zeichen von irgendeinem Spuchtelgeist, aber ich weiß das nicht. Aber ich hab hier noch nicht die Schränke nachgeguckt. Ihr Geist, friss! Weg hier. Was ist denn da? Sehr mutig. Mutig ist, wer Durchfall hat und trotzdem furzt. Wo bist du? Wo? Wo bist du? Mutig ist, Tiger zu streicheln, obwohl er total schlecht gelaunt ist. Was willst du? Wo bist du? Wie alt bist du? Was willst du? Wo bist du? Wo bist du? Mein Sonnenlicht. Mein Sonnenlicht. Mein Sonnenlicht. Ich hab doch nicht Glück gehabt. Hä? Weiß ja. Wann, wann? Alles bis auf Buch ist raus. Hä? Geht nicht? Was? Ach, äh, nichts. Buch ist raus. Alles andere geht noch. Alles außer Buch. Hä? Dann ist doch gut. Dann ist doch. Ich bräuchte mal was für Schinger. Liegt da im Raum. Wo? Schingerlampe? Ja, draußen im Flur. Spermalampe. Flur. Ja, der Raum ist groß. Ja, nennt sich Wohnung oder Haus. Ja. Ja. Da im Raum. Oh, das waren die Dots. Geil. Homo. Oh, die sahen geil laut. Echt, wie will die auch sein? Echt richtig geil? Hallo, Dottis. Dort haben wir noch ein Runder. Hä? Der hat eine Tür berührt. Welche Tür hat er berührt? Die hier vielleicht? Sind wir das? Wer ist wie? Nee, das TikTok. TikTok ist die Meldetaktik. Also, die fummelt an Türen rum, hinterlässt aber keine Fingerabdrücke. Ja, aber hier ist eine Wutepuppe. Also, ja, die hab ich da hingeschmissen. Also, Finger sind auch raus. Dann hat sie ihrem Mann nicht ordentlich einen runtergeholt, dass das wärme an den Fingern geklebt hat. Komisch, da bist du doch nichts mehr zu sagen. Komm, jetzt halten sie die Schnauze. Halt die Schnauzen. Dott. Die schönste Geräusche ist, wenn du die Schnauzen hältst. Ja, ich denke. Ja, du. Kurze Wechsel nach dem Bewegungssensor. Wann sind die noch nicht da drin? Was hat dein Insanity? 40. Jeff hat es denn da 2%. Was hast du getan? Ähm... Warum sagst du nichts? Okay. Ja, ist Hand. Ja, hab ich gesehen. Die Tür war offen, ging zu, ging wieder komplett einmal auf und ging dann wieder zu. Ganz auf die Hand jetzt? Ja. Ja. Du hast 1%. 0. Aber wo ist denn der Geist? Ja. Leute, es kann kein Hans sein. Noch? Jetzt ist Han. Der Zeithand. Den hörst du nur, wenn er über dir in der Nähe ist. Komm, einer hat's versucht, die Tür aufzumachen. Ja, ist offen. Fertig. Lass mich raus, du alter. Du bist stupid. Geppel, du bist stupid. Ich bin die ganze Zeit neben dem Geist hergerannt, alter. Ja, der hat mich nicht gehandelt. Dotz. Dann wollte er dich nicht. Ich hab gemerkt, der wollte mich. Aber es ist nicht der richtige Raum hier. Hört sich so böse an, als ob morgen noch ein bisschen Lovka gibt auf Arbeit. Was gibt's auf Arbeit? Mal wieder ein bisschen Lovka. Geil. Ist das ein türkisches Gericht? Stellen sie die Anwesenheit eines Geistes anhand eines Bewegungsinstrums. Ja, die sind drin. Hindern sie nicht gegen. Also? Hm? Aber er hat gehandelt. Aber er hat gehandelt. Ja, dann ist er aber die falsche Stelle gewesen. Gehen ja nur irgendwie in einen Meter Umkreis oder sowas. Hast du Pillen gestoppt bei Knuddelbärchen? Hab ich. Hab ich. Hallo? Was fehlt denn überhaupt noch? Letztes Beweis, ne? Ein Orb. Kann ein Orb sein? Ja. Haben wir gar nicht nachgeguckt. Orb. Box. Und Gefrier. Oder Finger. Oh, Box. Das kann ja auch sein. Haben wir gar nicht gekutscht heute, glaub ich, in dem Raum. Doch, hab ich doch. Ich mein nicht. Ist doch egal. Oh, Tücker, Baby. Ey, das ist so geil, ne? Dieses, boah, verpiss dich. Geh mal nicht auf den Sack. Hau da ab. Was machst du da schon wieder? Und dann so, oh, mein Baby. Mein Tick. Mache, Mache. Ja, ne? Kein Wunder, dass die Tiere tun, was sie wollen. Tun sie auch so. Äh, Hand. Echt? Hand. Ja. Setz dich in der Ecke in dem Raum. Ähm, hab ich schon Hand erwähnt? Äh, Hand und so. Hm. Was ist das, was das bedeutet? Er jagt. Hand vorbei. Es ist der falsche Raum. Aber die Dots sind in dem Raum. Ja, aber heißt nix. Aber ist er falsch. Ja, dann hat er den Raum gewechselt. Ja. Der kam nämlich nicht aus dem Raum hier. Digga, warum bist du so dunkel? Man sieht dich auf Fotos nicht. Wo bist du so dunkel? Wo bist du mein Sonnenlicht? War ich frier eigentlich gewesen? Oder wie? Irgendwann im Flur, meine ich. 0,7. In der Küche haben wir 3,7. 6. 1,9. Ja, der ist jetzt hier im Flur. Hand. Oder Event. Event. War ein kurzer Fix angeknabbert. Oh. Mati, 20%. Aber wir haben keine Pillen mehr. Wer hat die dann alle gefressen? Ich hab 2 gefressen. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Wo bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Hallo? Bist du hier? Wie alt bist du? Wer geht nicht. Wo bist du? Die ganzen Krüze-Fixe sind angeknabbert, ey. Wie alt bist du? Ey, Box! Ich hab's gehört. Schnau raus, ja. Wir haben den Netzbeweis. Das ist ein Gespenst. Gespenst. Lauf schneller. Wir haben es noch geschafft. Alle erlebt. Yay! Juhu! Yay! Yay! Juhu! Oh! Hey, hey! Ich hab erfahren. Ich habe überlebt. Nee, ich hab mich eingetäure. Jetzt aber. Bewegungsrehen hat nicht funktioniert. Schnau. Ja, Pech. Okay. You drive me crazy. Nanananana! Okay. Danke. Kübelbach. Gerade Sau. Welcome back. I've got the job ready.